ich freue mich sehr dass wir heute ein ja ein sehr optische optisches thema angehen ich denke mal dass wir alles so ein bisschen ich sag jetzt mal verwöhnt sind vom home office dass wir eigentlich uns nur obenrum zeigen müssen und untenrum hat vielleicht ein oder andere noch sein pyjama jogginghose oder was anderes legeres an was ja auch vollkommen in ordnung ist aber jetzt wo wir auch alle wieder rausgehen viele wieder zurück ins office gehen oder öfters zu den kunden fahren da muss ich beispielsweise mal gestehen ich muss mein kleiderschrank auf jeden fall noch mal neu sortieren nach den letzten zwei jahren und mal schauen was passt denn eigentlich noch so zu mir und da mal noch mal so einen impuls zu bekommen eine idee zu bekommen wie suche ich mir denn am besten jetzt irgendwas aus was mein business meine expertise raus bringt denn es ist ja immer noch mal was anderes als wenn ich privat irgendwo hingehe und trotzdem möchte ich mich auch da wohl fühlen und ich glaube das geht einigen so dass sie aus dem home office jetzt wieder einen kleiderschrank aufmachen und sagen was war denn eigentlich vor zwei jahren und davor noch ganz cool und was möchte ich jetzt wieder vielleicht vermehrt anziehen oder neu anziehen und deswegen bin ich so froh dass wir die liebe yvonne dabei haben als unsere gast expertin wir haben sie kennengelernt aus der letzten frauenstaffel aus der staffel zwei vom frauentraining von unserem future makers frauentraining gestern die staffel drei stattgefunden da sind auch wieder super viele tolle frauen dabei und yvonne ist ein tolles beispiel dafür dass man mit seiner expertise andere immer entflammen kann sie ist uns auf jeden fall im gedächtnis geblieben durch ihre art durch ihre durch ihre willenskraft immer weiter voranzukommen und ihr business voranzubringen und deswegen bin ich sehr happy dass sie uns da ihre expertise mitgebracht hat in diese lunch and learn session und möchte dich ganz ganz herzlich willkommen heiß liebe yvonne sag doch gerne auch mal selber noch ein paar worte zu dir ja gerne ja hallo danke liebe lina für die ganz ganz lieben worte ich freue mich total heute hier zu sein und habe ja auch schon selber einige lunch and learn sessions angeschaut und freue mich jetzt total auch mal meine expertise weitergeben zu können und ja ein bisschen zu mir schon mal vorab ich heiße yvonne wilms ich bin 34 jahre und gerade im schönen siegburg in der nähe von köln und von falls euch das jemand was sagt und ja würde sagen ich weiß nicht ob wir noch warten oder dann auch direkt starten lina du kannst gerne starten okay alles klar dann würde ich mal jetzt meinen bildschirm teilen so ja dann legen wir auch direkt los also auch noch mal ganz herzlich willkommen auch von meiner seite ich bin jetzt schon seit einer weile selbstständig als personal stylist und stilberaterin und möchte euch heute mal ein bisschen expertise weitergeben zum thema business look und was bedeutet eigentlich dieser spruch kleider machen leute und wie könnt ihr eigentlich auch für euer business ja euch auch optisch besser sichtbar machen anhand eurer kleidung so da habe ich jetzt auch mal mit einem ganz ganz kleinen augenzwinkern ein kleines motto mitgebracht jetzt für die präsentation nicht weiter jetzt okay genau also dress for the job you want was mit einem kleinen augenzwinkern das nehmen wir uns heute mal vor und ja auch direkt noch fall so die kleine bitte von mir überlegt mal so für euch warum habt ihr das was ihr heute tragt heute morgen aus dem kleiderschrank genommen also macht euch das mal so ja führt euch das mal einfach so vor augen weil da kommen wir gleich noch mal kurz darauf zu sprechen und ja überlegt euch mal was war was war da so ganz unterbewusst vielleicht auch der grund dafür und bevor wir jetzt starten ich habe auch noch mal eine kleine agenda aufgestellt damit ihr wisst was ich heute auch so erwartet also ich würde mich euch auch einmal kurz vorstellen eine kleine durchführung durch meinen lebenslauf dann besprechen wir auch kurz warum ist eigentlich das thema business look für mich jetzt in der selbstständigkeit oder meiner karriere überhaupt auch wichtig dann gebe ich euch auch mal so ein bisschen inspiration mit wie hat sich eigentlich so die business mode im laufe der zeit verändert dann machen wir dann mal so kleinen abstecher in die 80er jahre und ja dann zeige ich euch dann auch ein paar tipps hier dann überhaupt auch so euer marketing auch in euer outfit neueren kleidungsstil auch übertragen könnt und das auch anhand ja das sogenannte sogenannte signature looks also was ist ein signature look und ja wie kann ich das für mich auch umsetzen ganz zum schluss gibt es dann auch noch mal ein paar kleine tipps und tricks für euch und ja sozusagen legen wir mal los ich stelle mich euch auch mal kurz vor also ich habe damals wusste schon immer ich wollte was wurde machen habe ursprünglich mit einer ganz klassischen ausbildung im einzelhandel gestartet nach dem abitur da dann auch noch eine weile gearbeitet dann zog es mich kurz weil ich dann in die verwaltung bis ich mich dann wirklich entschieden habe wurde zu studieren habe ich damals für ein sehr kreatives modejournalismus studium entschieden wo wir dann zum beispiel so fächer hatten wie kostümgeschichte wo es darum ging die ganze geschichte der kleidung zu werden von der antike bis heute und wie hat sich eigentlich immer die gesellschaft auch in der mode wieder gespiegelt oder ich hatte dann auch so fächer wie textil technologie wo es eher darum ging wie wird die kleidung hergestellt und die verschiedenen materialien und dann war eben auch das ganze thema styling auch ein großer aspekt des studiums und genau ja und seit dem studium arbeite ich jetzt auch noch im marketing also genauer gesagt im content marketing als online redakteurin und text darin und habe mich aber auch schon gegen ende des studiums dann auch als stylisten selbstständig gemacht eine ganze weile für den shopping dienst salon von salando ich weiß nicht kennt da kann man sich ja anstatt direkt bei salando zu shoppen kann man sich so individuelle pakete von stylisten zusammenstellen lassen das habe ich eine zeit lang gemacht und jetzt seit knapp einem jahr bin ich ganz eigenständig selbstständig und unterstütze quasi andere so selbstständige oder auch privatpersonen dabei sich in ihrer kleidung wohler zu fühlen sich besser sichtbar zu machen und ja auch so ein bisschen herauszufinden was was einem steht und da auch so ein bisschen selbsthilfe mit an die hand zu geben für den eigenen kleidungsstil genau so und jetzt wollt ihr natürlich auch mal wissen ja die worden warum sollte ich mich jetzt in meinem marketing auch mit meinem outfit beschäftigen ich muss mich mit so vielen dingen im marketing beschäftigen jetzt kommt auch noch mein outfit dazu also warum ist das überhaupt wichtig und ja da habe ich mal so eine ganz ganz kleine böse böse nachricht es ist leider halt tatsache dass wir für den allerersten eindruck bei unseren kunden oder geschäftspartnern oder whatever haben wir leider nur sieben sekunden und ja wenn man sich das mal so vor augen führt das ist ja auch gerade im business umfeld wir lernen uns ja oft auch sehr oberflächlich kennen und merken es ja bei uns selber wir bewerten natürlich andere menschen auch im ersten moment auch erstmal nur auf grund des optischen erscheinungsbildes ist ja dann auch meistens nicht böse gemeint sondern das ist dann wirklich so eine unterbewusste reaktion vom gehirn wir wollen natürlich wissen mit wem haben wir es da eigentlich so zu tun und dann ja fängt unser gehirn auch an alle möglichen eindrucke bekommt das geht dann natürlich auch über das visuelle das dann zu verarbeiten einzuordnen und genau und ja habe euch auch mal noch mal so ein bisschen paar beispiele jetzt auch mitgebracht von personen aus der öffentlichkeit mit die sich halt dann auch wirklich rumschlagen müssen ich meine wir sind jetzt alle zum glück nicht ganz so berühmt aber ja um euch einfach noch mal so zu zeigen dass uns letztendlich wenn wir uns kleiden einfach nur bewusst sein sollte dass das natürlich auch eine bestimmte wirkung nach außen hat also was wir daraus machen das ist natürlich uns völlig selbst überlassen aber gerade im business umfeld muss uns sowas einfach bewusst sein dass eben unsere kleidung auch ja einen bestimmten eindruck bei unseren gegenüber hinterlässt genau und ja da habe ich das auch jetzt noch mal so ein bisschen zusammengefasst so ein paar fragen die euch dann auch stellen könnt ich glaube was wir eh schon unterbewusst machen bei der ersten frage wenn wir uns morgens anziehen ja dann stellen wir uns ganz unterbewusst die frage mensch worauf habe ich heute lust und fühle ich mich wohl und fühle ich mich schön und was wir aber glaube ich noch nicht so machen und was wir eben im wissensumfeld dann wirklich damit ganz gut starten können dass das eben auch mal die frage stellen mensch wie beeinflusst denn eigentlich die kleidung die ich trage auch wirken nach außen oder welche kleidung könnte eben auch meine persönlichkeit gut repräsentieren und eben mein business und meine marke und wenn wir das halt wirklich dann auch umsetzen dann im allerbesten fall dass wir dann sogar auch visuell eben auch die richtigen kundinnen und kunden anziehen genau so und dann starten wir auch direkt mal ich gebe euch direkt erst mal so ein bisschen inspiration mit bevor es dann jetzt um die umsetzung geht und da machen jetzt auch mal so kleinen abstecher dann in die 80er jahre und da habe ich jetzt auch mal ein weibliches und ein männliches beispiel rausgesucht die so mal so ein bisschen wie wurde der damaligen zeit repräsentiert und das ist jetzt im allerersten beispiel habe ich jetzt mal die margaret thatcher vorgenommen die damals britische kommuner ministerin war und auch so ein bisschen besondere für karriere frauen auch so als viel vorbild galt und ja was ich bei ihr tatsächlich ganz spannend fand sie galt ja so als eine lady und wenn man sich so auf ihren kleidungsstil anschaut sie hat tatsächlich immer sehr viel blau getragen und blau ist ja somit auch die kälteste farbe womit man natürlich auch sehr distanziert wirkt und er auch sehr kühl und aber auch natürlich auf der anderen seite auch kompetent und seriös und ja ich habe mich dann halt auch mal so gefragt okay galt sie vielleicht als eiserne lady weil sie halt auch eben diesen kleidungsstil hatte oder war es vielleicht auch von ihr wirklich eine bestimmte marketing absicht dass sie gesagt hat mensch ich möchte sehr kühl und distanziert und taff wirken und deshalb übernehme ich halt klaus blau dann eben in meinen stil so als meine meine markenfarbe und ja das fand ich bei ihr sehr sehr spannend und ja wenn man mal so die 80er jahre betrachtet das war ja auch so das jahrzehnt der schulterpolster da gab es einen ganz großen modetrend zu der damaligen zeit in der business garderobe das nannte sich power dressing also es ging wirklich ganz stark darum kompetenz auszustrahlen autorität und da waren eben diese breiten schultern mit wirklich den schulterpolstern haben eben genau das gezeigt mensch ich bin stark kompetent und ja das sollte eben dann das ort wird auch ausdrücken und was damals die frauen auch gemacht haben wir haben dann so eben diesen sehr sehr maskulinen blazern dann eben aber noch einen sehr schmalen rauch kombiniert und unter dritt auszusehen und genau so jetzt habe ich aber auch noch mal ein männliches beispiel mitgebracht und da habe ich mir jetzt so die kunstfigur worden beckow ausgesucht ihr kennt ihn bestimmt viele von euch aus dem film wall street der damals ja auch so ein bisschen so das symbol der damaligen zeit war und ich auch diesen kleidungstil nochmals repräsentiert also es ging wirklich darum auch sogar macht und wirklich den erfolg auch auszustrahlen und ja das sollte eben das outfit auch wirklich repräsentieren und da wurde auch gab es dann ja auch wirklich noch ganz ganz strenge regeln in der business garderobe auch es war muss eine krawatte zu tragen und genau und so langsam bricht das ja auch alles auf damit ihr euch das aber auch noch mal ein bisschen anschauen könnte so ein kleines mood board mitgebracht also ich finde da sieht man auch an dem bild von sinne crawford ist das glaube ich sieht man es noch mal ganz schön wirklich diese sehr sehr strengen schultern und ja alles war sehr streng und gradlinig und ja dann genau würde ich sagen machen wir jetzt aber auch den abstecher in die heutige zeit und da habe ich dann auch mal zwei beispiele mitgebracht die für mich das auch die heutige business garderobe ganz positiv umsetzen und da habe ich für mich einmal so als ja stilvorbild mir die unternehmerin tijen onaran rausgesucht die das ganz ganz super macht finde ich in ihrem stil also sie hat ja selbst auch ein buch über personal branding geschrieben und wer sie nicht kennt sie hat zusammen mit ihrem mann ein unternehmen gegründet das wiederum andere unternehmen im bereich der gleichstellung berät und ja sie repräsentiert für mich tatsächlich so die die business garderobe der heutigen zeit weil was wir heute eben machen und was heute trend ist ist das sogenannte spot casual oder auch business casual genannt das heißt also wir kombinieren eigentlich die klassische business garderobe ja mit der freizeit garderobe und das könnte dann eben so aussehen dass man eben anzüge trägt die aber viel viel lockerer geschnitten sind als zu der damaligen zeit die ganze strecke das ganze strenge fällt weg der anzug muss auch dann eben nicht mehr in diesen typischen business farben sein sondern das darf auch gerne mal bunt werden man trägt dann auch vielleicht nicht mehr so dass das hemd zum anzug oder die bluse sondern es darf dann auch mal ein lockeres shirt sein oder wie hier dann bei ihr auch ein bunter pulli und ja und zum einen ja ist das halt natürlich so ein bisschen fluch und segen zugleich zum einen ja haben wir natürlich auf der negativen seite nicht mehr so die die regeln an die wir uns halten können was natürlich für uns dann eben schwierig macht zu wissen okay mensch womit bin ich denn auch vernünftig angezogen und zum anderen denke ich aber dass das für uns auch eine ganz ganz große chance ist auch wirklich ja seine individualität zu zeigen authentisch zu sein und da auch wirklich das beste aus sich selber rauszuholen und dann auch wirklich so ein wiedererkennungswert zu schaffen und ja dann möchte ich euch aber auch noch mal ein männliches beispiel zeigen da habe ich jetzt mir mal ein bild von dem schauspieleran malek rausgesucht man auch noch mal ganz schön sieht wie das dann auch noch mal aus der männlichen perspektive aussehen könnte also die krawatte fällt weg das einstecktuch ist alles lockerer gestylt es darf eben auch ja es darf auch farben sein muster sind erlaubt und alles die lockerer und entspannt und ja ich muss nicht mehr ich kann eben auch anstatt einen klassischen schuh eben auch im pika kombinieren zum anzug und genau das ist so das was die heutige business garderobe dann auch wirklich auszeichnet und ja hier dann auch noch mal ein kleines mood board dazu und ja man sieht natürlich auch ganz schön vielleicht noch abgesehen von dem herrn oben man könnte gar nicht mehr genau sagen sind die person auf den bildern jetzt im privaten umfeld unterwegs oder sind die gerade vielleicht auch business kontext unterwegs also da sieht man halt auch wirklich ganz schön dass ja das alles so ein bisschen aufgebrochen ist und ja spätestens jetzt ja auch seit corona wir sind alle viel im home office irgendwie gibt es die klassische business garderobe gar nicht mehr also wenn ich wirklich noch zurückdenke an der zeit von meiner ausbildung das war ja dann 2007 da war das wirklich so dass dann uns noch beigebracht wurde der die farbe des würtels musste perfekt zu den schuhen passen und da fing das auch dann gerade so an dass wir dann eben auch ja mal eine jeans blazer tragen durften und ja heute ist das ja schon gar nicht mehr wegzudenken aus unserer garderobe und ja also von daher ein bisschen inspiration vorab genau und ja jetzt stellt ihr euch natürlich bestimmt auch die frage mensch wie kann ich denn jetzt auch nicht ganz persönlich mein marketing ins outfit übersetzen und da habe ich jetzt mal wirklich vier vier ja verschiedene bereiche auch so aufgeschrieben wie ihr euch so zusammenfassen könnt also da geht es natürlich zum einen ist so die die zwei punkte auf der linken seite da geht es halt eher darum geht es so meine eine wirkung nach außen also wie bringe ich halt wirklich anhand der kleidung meine persönlichkeit hervor und auch meine marken identität also das könnte dann so als beispiel vielleicht aussehen wenn ich jetzt in einem sehr kreativen bereich unterwegs bin oder eben dann natürlich auch kreativ von der persönlichkeit bin dass ich dann sage okay ich trage vielleicht viele muster oder viele bunte farben oder mache vielleicht auch materialmix also wie könnte ich eben diese kreativ kreativität optisch dann eben ja in die kleidung übersetzen und was aber zum beispiel auch ein beispiel sein könnte ist wenn ich sage ich mensch ich bin so kreativ ich mache mir jetzt so als quasi signature look trage ich jetzt nur noch schwarz damit die leute sehen mensch die person die scheint ja so kreativ in ihrem kopf zu sein die hat gar nicht mehr gedanken dazu wird ja gar nicht mehr zeit dazu sich gedanken ums outfit zu machen und deshalb trägt die immer nur noch schwarz also das könnt ihr mal ganz für euch überlegen wie könntet ihr das wirklich für euch übersetzen und ja was aber auch nicht zu vernachlässigen ist und da geht es dann ja auch so ein bisschen um unser innenleben dass wir natürlich auch sehr authentisch rüber kommen möchten und ja das schönste outfit bringt halt auch nichts wenn wir uns darin nicht wohlfühlen also dass wir uns vielleicht auch mal überlegen mensch was sind eigentlich so die kleidungsstücke wo wir jeden morgen automatisch zu greifen einfach weil wir uns darin wirklich auch den ganzen tag über im alltag auch wohlfühlen können und sich da dann auch noch mal so ein bisschen gedanken zu machen so damit ihr jetzt aber auch noch mal sieht wie man das ganze auch wirklich dann in einem kleidungsstil umsetzen kann dann habe ich mal so das thema signature look dann mitgenommen also was ist ein signature look überhaupt das ist ja eigentlich wenn man das wort signature übersetzt das ist ja quasi wie so eine art unterschrift die ganz ganz individuell ist die mir wiedererkennungswert gibt anhand meines outfits und ja habe da auch mal jetzt auch wieder ein paar berühmte beispiele mitgebracht die ihr auch bestimmt kennt und habe damals als allererstes beispiel mir die den steve jobs rausgesucht also wo man ganz gut sehen kann er hat jeden tag das gleiche outfit angehabt jeden tag war es dieser schwarze rollkragenpulli mit jeans und ja was ich glaube dass er wahrscheinlich damals das outfit auch einfach gewählt hat weil er sich damit wohlfühlt weil er sich keinen großen gedanken machen muss aber ich glaube halt schon dass im laufe der karriere von ihm dass das dann schon irgendwann eine gewusste marketing entscheidung auch war dieses outfit auch so zu tragen und habe ja das jetzt auch mal so ein bisschen ja durch analysiert würde ich sagen auch mit hinblick er war ja der ceo und mitgründer von apple auch mit blick ja wie ist auch so die die marketing botschaft von apple gewesen also apple das sind ja auch sehr sehr smarte und innovative produkte und für mich ist zum beispiel auch dieser rollkragenpullover der drückt ja auch irgendwie sowas intellektuelles aus und ja das kann man dann ganz gut vergleichen und wenn man dann aber auch so die kombi sieht mit diesem ja doch eher seriösen smarten pulli mit an den total lässigen jeans also irgendwie wirkt steve jobs hat auch man hat nicht das gefühl das ist ein ceo von so einem riesigen unternehmen sondern irgendwie wirkt er wie jemand mit dem man auch mal ein bierchen trinken könnte und ja wenn man eben auch die produkte von apple kennt dann weiß man ja auch sind auch dafür gedacht ja total nahbar zu sein und eben auch für jedermann obwohl sie ja eigentlich auch recht teuer sind und das finde ich daher dann auch super super beispiel wie eigentlich so ein ganz 08 15 outfit quasi das marketing von einer firma eben auch visuell das auch darstellen kann und ja hab da jetzt aber auch noch mal eine zweite person raus das auch noch mal ganz ganz anders optisch macht und das ist die in architektin die es quasi jetzt auch so ja mit in ihren 90ern auch wirklich anhand mit ihres sehr individuellen stils auch ja wirklich weltberühmt geworden und hat ursprünglich zusammen mit ihrem mann eine textilfirma gehabt und ist mit ihm immer sehr sehr viel gereist und dann hat sich das bei ihr so ergeben dass sie eben aufgrund der reisen eben sehr viel möbel gesammelt hat und daraus eben business gestartet hat und ja möbel und glaube ich sogar mal das weiße haus auch eben aufgrund dieser multi kulti möbel und die kulti deko dann auch eingerichtet hat und ja was sie im stil ausgemacht hat sie hat wirklich immer sehr sehr jeden tag diese sehr verrückten ketten die irgendwie so aussehen als wären sie von einem markt aus indien oder thailand betragen dazu diese ganz ganz bunten tuniken und ja ich finde dadurch ist sie halt auch ein super beispiel weil wenn ich mir jetzt so vorstelle ich hätte lust meine wohnung auch einzurichten und würde jetzt würde sie nicht kennen würde auf ihre webseite gehen und würde sie einfach nur anhand des fotos mit ihrem kleidungsstil sehen also ich könnte mir dann auch schon total gut vorstellen wie auch meine wohnung eingerichtet wäre von ihr ich wüsste okay die wohnung die wird nicht clean die wird nicht da wenn keine gradlinie möbel sein sondern es wird das grund es wird ja da wird geklotzt und genau und ja deshalb ist sie für mich hat auch ein super super beispiel wie sie auch ihr marketing ins outfit übersetzt hat genau und ja was ich glaube um euch da auch noch mal so ein bisschen ein push zu geben dass ihr das ganze auch für euch umsetzt also ich glaube wenn wir wirklich das muss natürlich nicht immer so streng sein wie das jetzt steve jobs oder apfel gemacht hat aber ich glaube wenn wir das wirklich so ein bisschen da für uns mal so den stil finden dass wir dann auf jeden fall auch wieder erkennungswert schaffen und dass wir dann auch langfristig ja viel mehr zeit sparen weil wir uns einfach mal unsere outfits keine gedanken mehr machen müssen also ich glaube dass so ein ihres apfel die wird sich morgen einfach irgendeines von ihren bunten sachen über oder klar die jobs der hat immer jeden tag das gleiche an der macht sich darum auch keinen kopf und trotzdem funktioniert das ganze und das finde ich halt eben auch sehr sehr spannend und ja was eben auch passiert ich meine viele von uns wir shoppen gerne und greifen vielleicht auch mal unterbewusst zu sachen die wir dann später nicht tragen ich glaube wenn wir dafür uns dann auch mal so den eigenen stil gefunden haben der für uns ob jetzt ganz egal ob privat oder im job dass das passt dann ja vermeiden wir natürlich auch fehlkäufe und geben natürlich auch nur geld für dinge aus die für uns auch dann wirklich sinn machen genau und ja da um euch auch noch mal so ein bisschen kleinen anstoß zu geben habe ich mal ein zitat mitbracht von dem amerikanischen designer tom ford er hat gesagt stil bedeutet also quasi den mut zum eigenen charakter zu haben und sich auch wirklich zur eigenen persönlichkeit zu bekennen also da geht es dann tatsächlich darum wirklich mal zu schauen mensch was bin ich eigentlich für ein mensch was repräsentiert mein business und wie kann die kleidung das optisch optisch darstellen also das einfach mal da so den bogen zu schlagen und das dann so ins optische dann zu übersetzen genau und ja habe jetzt ganz zum schluss für euch dann auch noch mal ein paar tipps und tricks mitgebracht wie ihr das dann auch machen könnt und genau also ihr könntet quasi zuerst mal schauen ob ihr vielleicht auch einfach vorbilder in eurem bereich findet oder vielleicht auch euch mal die eure zielgruppe anschaut wie ist die eigentlich so vom styling von den outfits unterwegs dass man sich so ein bisschen zusammensucht und da könnte man zum beispiel auch sagen okay genauso wie man es für das branding oder das logo gemacht hat da könnte man sich bei pinturisten eine art mood board anlegen das klappt da ganz ganz gut und ja dann vielleicht auch mal wer lust hat sich vielleicht dann auch mal irgendwie so einen verregneten nachmittags zeit zu nehmen um auch mal ein paar mögliche outfit kombinationen zusammenzustellen die dann abzufotografieren sodass man dann wirklich an tagen wo man weiß hey ich habe heute vielleicht einen wichtigen vortrag oder ich habe einen wichtigen termin dass man dann sofort weiß hey das sind so die outfit kombinationen die passen für mich da fühle ich mich wohl drin die machen optisch sinn dass ihr das dann einfach schon so festgelegt habt und ja wenn ihr dann wirklich feststellt okay vielleicht das ein oder andere teil fehlt in meiner garderobe noch dass man sich dann wirklich eine feste einkaufsliste schreibt und dann auch wirklich richtig mit einer strategie dann in die stadt geht und ja gerade das was fehlt dann eben noch nachschoppt und genau also so könnte das ganze dann könntet ihr das ganze dann angehen und ja hab da zusätzlich jetzt aber auch noch mal so ein paar Anregungen mitgebracht worauf ihr achten könnt wenn ihr denn beispielsweise auch einen vortrag haltet da geht es natürlich darum dass die leute sollen euch zuhören das heißt es wäre ganz wichtig dass ihr im vordergrund euer gesicht betont wie könntet ihr das machen da wären zum beispiel blazer und sakko oder auch buch und hemmen total gut einfach weil die ja so eine geradlinige schnittform haben und eben den blick allein schon von der schnittführung eben auf euer gesicht lenken oder ihr betont eben mit einer schönen krawatte oder schmuck euer gesicht das könnt ihr auch machen dann ist noch ein kleiner tipp zum beispiel anstatt eher ein dunkles outfit zu wählen eher helle und farbige kleidung weil das ihr doch eher ins auge fällt ja dann auch ja auch noch so ein kleiner tipp achtet auf pflegte hände weil ihr eben auch eure gesten quasi das jetzt ja auch nochmal unterstreichen was ihr eigentlich sagt und ja wer mutig ist darf natürlich auch ruhig mal so ein richtiges statement setzen und vielleicht sich so ein ganz ausgefallenes kleidungsstück nehmen und damit auch wirklich ja zu zeigen nur um da auch noch mal so ein bisschen aus der masse raus zu stechen genau so dann aber auch noch mal vier tipps worauf ihr achten könnt bei euren website fotos bei der kleidung ja und da gibt es so ein bisschen so einen kleinen spruch noch so aus meinem studium da sagt man eigentlich dass die kamera immer so ein bisschen intensität des outfits eigentlich schluckt also das heißt wo man immer so ein bisschen im echten leben das gefühl hat ja das outfit ist eigentlich eine spur too much also irgendwie ist es ein bisschen zu viel meistens ist das auf dem foto gerade richtig und ja worauf ihr auch achten könnt ist auch so eine art roten Farben zu haben in eurem stil und euren fotos damit das ganze auch optisch ganz gut rüberkommt gerne könnt ihr auch darauf achten dass die materialien und stoffe auch so ein bisschen knitterarm sind damit ihr im nachhinein nicht irgendwie mit photoshop noch reingehen müsst und es macht natürlich auch Sinn euch in ganz verschiedenen Situationen zu zeigen und dann eben auch mal dabei auch ganz unterschiedliche Outfits anzuhaben also vielleicht kommt natürlich immer darauf an in welcher Branche unterwegs seid aber das eine ist vielleicht mal so ein bisschen wässiger das andere vielleicht ein bisschen businesstauglicher also das könnte auch noch so eine Idee sein genau so und dann habe ich ganz zum Schluss dann auch nochmal vier Dinge mitgebracht was dann auch Sachen Kleidung bei eurem Social Media Auftritt sind machen könnte da kommt es natürlich auch so ein bisschen auf den Kanal drauf an aber ich glaube dass da wirklich so ein ganz wichtiger Faktor Authentizität ist also das Outfit muss nicht immer total perfekt sein weil ihr zeigt euch ja auch in eurer natürlichen Arbeitsumgebung und ich glaube dass da wirklich dann auch so ein bisschen das Thema authentisch sein im Vordergrund steht also das so als kleiner Tipp und ja was ihr aber auch machen könnt ist dass ihr eben mal schaut wie kleidet sich eigentlich eure Zielgruppe woran kann sich die Zielgruppe wiederfinden und dass ihr diesen Look dann auch quasi für euch adaptiert und ja bei Social Media haben wir natürlich auch das Problem wir möchten aus der Masse herausstechen also warum nicht da auch mal einen ganz individuellen Stil wagen kreativ sein und sich da ruhig auch mal ausprobieren und dann eben so auch ein Stück weit versuchen aus der Masse herauszustechen und vielleicht auch ein bisschen mehr aufzufallen genau und ja dann habe ich auch nochmal so eine kleine für mich so eine kleine Faustformel mitgebracht die ich auch allen meinen Kundinnen und Kunden auch ganz gerne mitgebe also wenn man wirklich mal so einen Tag hat dann weiß sie überhaupt nicht was man anziehen soll dann macht es eigentlich immer Sinn sich ein Kleidungsstück rauszusuchen was eben so ein bisschen ausgefallener ist das könnte eben eine gemusterte Bluse sein das könnte aber auch ein bestimmtes Schmuckstück oder ein Accessoire sein das ist ganz egal man fängt dann eben an anhand mit schlichten Basics eben den Look darauf aufzubauen und dann eben noch ein paar Accessoires dazu zu kombinieren und dann hat man eigentlich immer ein super harmonisches und passendes Outfit und ist immer gut angezogen genau ja also das wären jetzt alle so meine Tipps und ja ich freue mich auch total ich sehe leider den Chat nicht aber ich freue mich total wenn hier vielleicht auch noch ein paar Fragen gelandet sind und ja bin ganz gespannt was ihr so was ihr noch so mitgebracht habt das war Lunch & Learn mit einer unserer Gastexpertinnen und wenn dir die Folge gefallen hat würde ich mich sehr über deinen Kommentar freuen weitere Infos zu unserer Gastexpertin und zu Lunch & Learn findest du unten in der Videobeschreibung ansonsten abonniere gerne unseren Kanal und verpasse keine weiteren Folgen mehr von Lunch & Learn als auch von der digitalen Show ansonsten würde ich mich natürlich freuen dich live mit dabei zu haben bei unserer nächsten Session weitere Infos findest du auf unserer Webseite www.soforthelfer.org .